Da haben wir ja einen dicken Fisch geangelt oder auch nicht. Auf jeden Fall wollte jemand mal ins Spiel beitreten und natürlich habe ich da nichts gegen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. So entweder machst du gleich bereit oder lässt es bleiben. Du Dreck Sau. So 19, 18, es geht gleich los. Ihr Partner ist noch nicht bereit. Das weiß ich mittlerweile. Aber gleich wird er bereit sein. Bereit. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ladevorgang. Das ist echt blöd. Ich habe keinen Plan, was hier gemacht werden muss. Kann ich den nicht irgendwie kicken. Es ist zwar nett, dass er hier sein will, aber entweder machst du jetzt bereit oder lässt es bleiben. Ich kann den nicht 2 Minuten verwalten. Chris, ihr Partner ist noch nicht bereit. Ich sehe es, ja. Ich kann den nicht irgendwie aus Versehen kicken. Ah, okay. Er ist bereit. Ich habe aber trotzdem keinen Plan, was ich machen muss. Oh, hier ist weiter. Ich habe die Waffe. Okay. Und dazu ab nächstes. Hier ist Schmoni. Hier ist Schmoni. Ich dachte, wir kriegen das gemeinsam, das Geld. Das ist aber lieb. Dankeschön. Wo müssen wir jetzt hin? Äh. Ach, kriegen wir also doch gemeinsam. Naja, egal. Dann geht es hier jetzt, glaube ich, einmal noch das hier mitnehmen und dann geht es da unten, glaube ich, weiter. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach unten. Kontrollpunkt. Alter, danke. Oh, dass ich da nicht so schliessere Kompeten. Oh, du bist ja da. 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 Okay. Weil ich kaum was mitnehmen kann und dann droppt ja nicht mal was. Was habe ich denn dabei, dass ich nix tragen kann, außer aber zu viel Muni für Sniper? Dann sollte ich die doch vielleicht mal verwenden. Okay. Perfekt. Perfekt. War wieder geil. Von mir aus, ich kann hier aber noch mal kurz was wegpacken. Oh, ist er wieder abgehauen. Äh, verwalten. Ist er wieder geliftet, entfernt. Behalte ich das mal so entfernt. Hier. Und so. So. Naja. Wenn du nicht mehr mit mir spielen willst, dann ist das halt so. Oh. 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 Alter, du Dreckdauer, lass mich los! Toll, muss ich mich vorsiehen. Schon gleich wie heilen. Gucken, wo ist denn die Heilung? Sie ist auf 4, oder? Ja, auf 4. Alter! Keine Muni! Dann werden wir uns mal auf die Sniper konzentrieren. Mal gucken, hier gehts hoch. Da hinten. Das ist auf jeden Fall Heilung. Dann kombiniere ich das, äh nein, dann kombiniere ich das mal mit das hier und nehme das hier ein. Bitte schön und ich bin wieder etwas besser geheilt. Ach so. Leider nicht. Noch eine Granate, ein rotes Kraut. Ne, ich mag's schon. Hier, weißt du was? Dämliche Tür. Ich zeig dir jetzt was. So, perfekt. Hier, voll. Ich geb dir erstmal die Minen. Würde ich dir gerne geben. Bitte schön. Bitte schön. Ach, hasse schon. So, dann gehts jetzt mal weiter. Nichts drinne. Dann müssen wir jetzt über den Steg, glaub ich, oder? Wir brauchen den Schlüssel. Aber wo kriegen wir den Schlüssel her? Aha. Die Karte mal eingeblendet lassen. Und jetzt nochmal. Hier irgendwo. Das war ja einfach. Ich hätte mal die Kloppe halten sollen. Wir kriegen nämlich Besuch. Alter. Alter, 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 alter. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Ich werde das ganze hier auch nicht überleben. Ich bin tot. Kombinieren damit. Neun. Ich meine nochmal neun. Mich heilen, Partner heilen. Perfekt. Vielleicht überlebe ich das doch noch. Jetzt nochmal kurz gucken. Ach, auf vier haben wir das. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nix. Er wird schnell. Vielleicht kann ich das jetzt schon. Schlüssel. Alter. Nein, jetzt lade doch nicht nach. Ich bin tot. Dreck. Sack. Wobei. Ich vergas. Ich bin tot. Das kannst du besser gebrauchen. Alter. 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 Jaaa. Muss ja. Nein, 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 nein. Achso. Ich dachte schon, ich wäre aus. Äh, es wäre aus. Nicht ich. Aber aus mit dir. Und mit dir. Ja. Warte, das kriegst du Ich schaffe es, denke ich mal, auch ohne erstmal Nein Komm, rette mich Ich muss es einfach schaffen, ohne mich erstmal zu heilen Perfekt Komm, komm Oh Gott Nein Oh Gott, ich bin tot Oh Gott, ich dachte schon, dass wir auf Perfekt Oh Gott Drecksack, drecksau, drecksau Weg damit Hier, nimm das Das nehm ich Denn meine Schrotflinte braucht das Ey, was machst du, Nia Wo geht's hier ein Lack? Hier rüber geht's doch schlecht, oder? Ne Man muss irgendwo ein Eingang sein Hier nicht Aber den Eingang finden wir dann erst im nächsten Part Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und bis dann